Wie angekündigt zum Ende der Sendung, schauen wir noch mal zur OB-Wahl nach Pirna. Da gibt es inzwischen ein Ergebnis. Uta Deko ist für uns live vor Ort. Wer hat denn diese Wahl gewonnen? Es steht fest, die AfD hat hier in Pirna ihr großes Ziel erreicht und stellt deutschlandweit den ersten Oberbürgermeister. Tim Lochner, der für die AfD angetreten ist, konnte 38% auf sich vereinigen. Das reicht, um Oberbürgermeister in Pirna zu werden. Und das Kalkül der beiden anderen ist nicht aufgegangen. Katrin Dollinger-Knuth von der CDU hatte ja darauf gebaut, dass sie mit den Stimmen von SPD, am Ende wurde sie ja auch von den Grünen, den Linken mit unterstützt, dass das ausreichen würde. Aber es hat nicht gereicht. Sie kam auf 30%, 31% und Ralf Thiele auf 30%. Also nach Adam Ries hat es so nicht funktioniert, dass die Stimmen eins zu eins zur CDU-Kandidatin gewandert sind, sondern sie haben sich verteilt auf alle drei Kandidaten offenbar. Und das muss man auch sagen. Die Wahlbeteiligung, hier gab es zwar das Gefühl, die sei deutlich höher, ist sie aber nicht gewesen, 53,8% Wahlbeteiligung. An meiner Seite ist Domenikos Zabo, der Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung, hier vor Ort in Pirna, der das Ganze natürlich hervorragend einschätzen kann. Bei der CDU hat man schon mal vorgebaut und gesagt, ja, man hätte ja auch immer wieder zu kämpfen gehabt mit der Stimmung, mit der schlechten, die die Ampel in Berlin verursacht. Das würde sich niederschlagen auf dieses Wahlergebnis. Glauben Sie denn, dass das tatsächlich bei dieser Personenwahl die große Rolle gespielt hat? Wir haben eine in der Tat sehr niedrige Wahlbeteiligung. Heute ist in Pirna jeder Zweite zu Hause geblieben, aus welchem Grund auch immer. Das spielt eine große Rolle bei dem Ausgang dieser Wahl. Zweitens muss man sagen, dass die beiden anderen Kandidaten von CDU und Freien Wählern zum Königsmachern geworden sind. Indem sie es nicht geschafft haben, nach der ersten Wahlrunde einen starken gemeinsamen Bewerber aufzustellen. Das werden wir sicherlich morgen noch mal auswerten, auch im Sachsenspiegel. Und bei diesem Wahlergebnis können wir sicher sein, dass natürlich ganz Deutschland wieder auf Sachsen und auf Pirna unterrichtet.